Willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Wir kommen uns erstmal nach der ersten Quest auf unser Quest-Haus tatsächlich. Schneller ging es nicht. Verdrückt, um hier die Nacht zu verbringen. Da wir jetzt noch nicht so wirklich viel machen können, werde ich das Ganze vorspulen, sodass wir direkt mit dem Morgengrauen neu beginnen können. Wir werden unsere Quest abgeben und neue Quest annehmen und uns als nächstes eine Base aussuchen, wo wir unseren ganzen Stuff lassen können, sodass wir auch in Ruhe lupen gehen können. Also seid gespannt. So, so langsam können wir uns in die Startlöcher machen. Oh, der war eben aber noch nicht da. Wo ist der Schreihals hier? Bäh, die sind unangenehm. Den will ich nicht. Egal wo du bist, bleib da. Genau, gehen wir mal einfach weg. Richtung Trader, Richtung was zu futtern. Das könnte doch vielleicht was Tolles sein. Ich muss auch passen, dass ich hier nicht ein... Wo ist sie denn? 14-fach überladen. Das läuft ja mal wieder hier bei mir. Muss ich schon aufpassen jetzt hier. Da sollte es auf jeden Fall was zu futtern geben. So, alle wach gemacht? Das ist gut für, wenn ich mal einen Kochtopf habe. Bitte lass was zu essen drin sein. Bitte lass was zu essen drin sein. Okay, trinken wird nicht mein Problem. Essen. Nein. Du auch nicht. Hallo. Okay. Das war es nicht. Da klopft doch wer. Und irgendwer ist hier wach geworden. Hä? Ah, vielleicht... Wo? Wo kommst du denn her? Boah. Das wird echt eng, wenn ich hier so überladen bin, Leute. Das muss mit dem Zement habe ich leider erst mal keinen Platz, aber ja. Auf jeden Fall könnte das ein Haus sein, wo man sich... Aber das ist noch Zukunftsmusik. So, da muss ich lang. Boah. Wo bin ich hier weit... Hier, ich bin langsam. Fertigung von Böhm, finde ich prima. Achso, das war nur ein Stein. Ja, das lassen wir mal. Das Haus ist groß. Da ist auch noch ein Zombie. Mal gucken wir, ob wir es mit dem hier aufnehmen können. Oder halt auch nicht. Noch sieht das ja ganz gut aus. So, mal gucken. Boah, ich kann mich echt kaum einen Schritt weiter bewegen, ne? Fertigkeit von Speeren. Komm, wir packen dich mal da rein. Bin schon ein Ticken schneller. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich habe Hunger. Nee, auf dich habe ich keine Lust. Aber hier will ich auch nicht. Dumm, die dumm. So, Schlagringen. Eier sind immer gut. Sind alle so uneben, die Dächer. So unpraktisch. Das Haus kann man doch ganz gut nehmen. Boah, das ist so verbarrikadiert. So, ich bin auch schon leicht durch. Irgendwas anderes muss es noch für mich geben. Anu, hier war doch vorhin noch der andere. Oh, vielleicht finde ich ja hier was zu essen. Bitte, bitte. Juhu. Was zu futtern. Prima. So, mal gucken, wo es hier noch was zu futtern gibt. Da offensichtlich nicht. Naja, im Moment habe ich schon mal ein paar Eier gefunden. Ist ja auch schon mal was. Boah, Leute. Komme ich denn hier irgendwann nochmal an? Boah, das ist echt schwer, hier irgendwas zu finden. Muss ich mal so sagen. Also, die Häuser sind nicht so praktisch. Türknäufe. Das ist jetzt irgendwie nicht ganz so wichtig, aber hey. Kräftige Häufe finde ich prima. So, weißt du was? Ich packe jetzt hier mal ein paar Sachen weg. Müssen wir mal hier ein bisschen vorwärts kommen. So, gleich geschafft. Werde ich mir wohl erstmal einen Kochtopf kaufen. Ist egal. So, da bin ich. Was wäre denn Kunst des Bergbaus? Okay. Holzsplitter-Mod. Ja. Der bringt 100. Weißt du was? Das verkaufe ich zu. Weg damit. Wahrungspunkte-Zuwachs. Ja, wäre jetzt irgendwie eine tolle Sache, aber ich habe halt nicht so den Platz dafür, ne? Tja, und schon war es das auch wieder zum Verkaufen. Na ja gut, dann kaufen wir mal den Kochtopf. Und den Grill. Ah, komm, ich brauche was zu essen. Aufgaben, guck mal. 200. So, dann schauen wir mal, wo ich da unterkommen kann. Die Richtung ist schon mal ähnlich da, wo unser anderes Zeug auch ist. Was? Das denn könnte ich auf jeden Fall für die Hordennacht nehmen. Fühlen direkt neben dem Trailer. Hier müsst ihr aufpassen. Hier ist der Hund, meine ich. Ich glaube, dann hätte er mich jetzt schon erwischt. So, hier, irgendeine Base brauche ich. Nicht so ganz das, was ich erhofft habe. Da ist mein Zeug, das nehmen wir wieder mit. Hier ist noch ein Truck. Oh, und vielleicht was zu essen. Wenn es das Haus ist. Ne, das ist es nicht. Leider nicht. Open. Guck mal, voll das Saufgelagert. Da gibt es doch bestimmt was zu essen. Geh mal weg da. Du versperrst mir die Sicht für den Hüben da hinten. Eine Rose. Nehmen wir doch mal. Juhu. Juhu. Kann mir jetzt was kochen. Oh, und das Essen habe ich auch noch gefunden. Na, jetzt ist ja jeder Wohlstand ausgebrochen. Das Essen ist ja jeder Wohlstand ausgebrochen. Das Essen wir mal direkt. Bier. Schon ist er weg. Na ja, gut. Hallo. Auch praktisch. Ich muss nicht mehr reingehen. Ich kann direkt von draußen alles looten. Tee. Egal. Ich habe das, was ich wollte. Ich habe was zu essen. Ist okay. Jetzt gucken wir mal hier den geilen Stuff. Wo sind sie? Links und rechts. Okay. Keiner da. Ist aber ungewöhnlich. Mal wieder überfüllt. Richtig überfüllt. Ah, da muss ich hin. Okay. Welches Haus sucht? Ah, hier war ich doch vorhin schon, oder? Ich habe doch mal hier kurz Hallo gesagt. Ja. Hm. Nehmen wir uns das Haus da. War, glaube ich, die Rückseite. Ich glaube, ich nehme das Haus. Es ist halbwegs mittig. Gehe jetzt trotzdem hier mal kurz gucken. Ein oder andere hier mitnehmen kann. Oder den ein oder anderen Zombie vielleicht. Oder er mich. Ich glaube, da sind wir uns noch nicht so ganz einig. Jetzt sollte auch der Letzte wach sein. Okay, ich baue mir mal... Oder habe ich hier einen Lootcontainer? Eine Kiste. Truhe, glaube ich, war das. Gesicherte Aufbewahrungstruhe. Wenn ich dann Platz für eine gesicherte Aufbewahrungstruhe hätte. Das ist tatsächlich das Nächste. Oh Mann. Ich habe Probleme hier. Einen Bergbauhelm. Hätte ich das gewusst, hätte ich mal Leder nicht weggeschmissen. Guck an. Ich dachte, früher brauchte man dafür eine... Wie hieß es noch? Eine Lampe. Jetzt packen wir erst mal das ganze Zeug hier rein, was wir alles nicht brauchen. Das nehmen wir allerdings mit. Man weiß ja nie. Sollte doch reichen. Jaja, macht mal. Hunger. Hunger. Richtig Hunger, Leute. Hallo. Wow. Wow. Die Tür geht nicht so viel ab. Au. Nein, 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 nein. Au. Shit. Los, komm zu dir. Okay. Wenn du denn unbedingt rausgehst. Draußen ist irgendeiner. Draußen ist irgendeiner. Ich weiß nicht, was da drin ist. Hm. Nicht ganz. ja also über was zu essen würde ich mich irgendwie eher freuen aber auch sowas muss gewürdigt werden knüppeln ist jetzt auch nicht so verkehrt ja 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 okay ich glaube ich sollte mir draußen ein lagerfeuer bauen sich zumindest wasser mehr herstellen kann fallen ja okay fallen habe ich jetzt nicht so unbedingt die brauche aber hey so lagerfeuer dann hau mal rein 15 minuten du bist also beschäftigt für die nächste quest und dann werden wir mal weiter ich habe doch nicht den ganzen tag zeit auf geht's ich sehe da hinten der grill ist schon mal offen das ist nicht so schön aber nichts zu ändern so jetzt warten wir mal noch bis wir ein bisschen mehr ausdauer haben da dass er doch nicht so viel ist so zacki zacki wir haben noch keine zeit okay ich brauche echt gleich wieder wasser aber ich kann jetzt das gebiet nicht verlassen sonst beende ich die quest und das wollen wir ja auch nicht was haben wir denn hier fertigung von sammelwerkzeugen und erntwerkzeugen so guck hier ist noch was tatsächlich jetzt cool weil das fällt dann eher auf beide leer die tür hält auf jeden fall gleich nicht mehr so viel auf oder der bauarbeiter war einfach zu stark aufpassen aufpassen das sind beide ziemlich schnelle vertreter das ging aber schnell hätte ich jetzt nicht erwartet dass die so schnell klein bei geben aber gut gegen ein profi was will man machen nicht ist hier noch irgendwo einer hoffen wir mal nicht hier oben war das gerade was zu essen jawohl ein glück mit fäusten ein leder schlagring waffen ok und fertigung von sprengstoffen jawohl und aber der station naja ein bisschen was ist es wohl ja schön hier lande ich also auch hätte ich mir ja auch sparen können hier wollte ich hin so schnell schnell wasser und dann ab zum händler und dann mal gucken mal gucken was haben wir hier robotik okay fallen jetzt eher was zum verkaufen aber gut und ab nach hause wollen die da mal noch kloppen so Nummer eins und Nummer zwei so essenstechnisch Maisbrot na gut gegrilltes Fleisch wieso kann ich das nicht kochtopf hab ich achso ich kann das perspektivisch ja schön naja man kann ja nicht alles haben nicht so trinke ich noch mal der ist noch beschäftigt und den lassen wir hier noch ausbrennen und dann gehen wir mal zum trailer zurück würde ich sagen wo ist er wo ist er da in die richtung fast direkt im wege wenn euch das video gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr ein like da lasst und ansonsten vergesst natürlich auch nicht meinen kanal zu abonnieren wenn ihr mehr videos von mir sehen und immer auf dem neuesten stand bleiben wollt wenn ich wieder ein neues video hole lade ich würde mich freuen also dann eure bura bei 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 du Untertitelung. BR 2018